Was? Geschossen. Oh ja. Oh scheiße, ich habe eine Kugel im Arsch. Ich verstecke mich auf dem Scheißhaus. Bitte nicht stören, ich habe eine Errungenschaft erhalten, Alter, weil ich auf dem Scheißhaus war. Echt jetzt? Ja, ja. Ich bleibe auf dem Klo, Junge. Jetzt wird Osterfeuer. Na, da hast du uns ja irgendwo lang geführt, Alter. Verschloch raus. Wie geht's dir nicht? Oh. Oh. Lachen wir da rein, wenn wir wieder drin müssen. Mhm. Schlachthaus. Das war aber nicht Schlachthaus, Alter. Das war Stillwater, wo wir gerade waren. Nee. Natürlich. Ja. 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 Würde ich sagen. Oder nicht? Das war Stillwater, oder? Ja. Wir werden es ja gleich sehen. Alter. Und der will mir erzählen, dass wir da schon mal waren. Er weiß ja noch nicht mal, wo wir waren. Du hast es doch genauso wenig oben erwornt. Doch, Stillwater waren wir. Ja. Vielleicht ist es in diesem Loch. Oh, schade. Von der Sache her war es da schon nicht schlecht da unten. Wenn wir mal schön rausrennen konnten. Ja. Ich hab'n Hammer. Hier war vorne das Boot. Ja. Ja. Unser glücklicher Ran. Ja, Brüder. Ja. 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 Ja, das war knapp. Oh! Was? Geschossen! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Es wird geschossen, Manu! Wird er schonmal auf uns geschossen? Ja. Da sind wir unter dem Haus lang. Auf Medikid. Ich bin auf der linken Seite. Oh, ich ducker mich echt mit. Ich habe einen gepanzerten Arsch. Oh scheiße! Ich habe eine Kugel im Arsch. Scheiße! Gleich! Oh, das war knapp. Ich muss mich verpinkeln. Wo ist mein Medipack? Alter! Ich muss mich verarschen. Wo? Sagt die? Ist der alleine? Oder sind es zwei? Ich weiß nicht, bei mir war mein... Bist du unter dem Haus durch? Ja. Weiß noch mal. Das kann ich dir nicht empfehlen. Nein. Warte mal, das Leitband. Willst du aufs Dach, Alter? Ich verstecke mich auf dem Scheißhaus. Machs gut. Ich bin im Scheißhaus. Wenn er kommt, schieße ich ab. Ich bin im Scheißhaus nicht. Ey! Bitte nicht stören. Ich habe eine Errungenschaft erhalten, Alter. Weil ich auf dem Scheißhaus war. Echt jetzt? Ja, ja. Bitte nicht stören. Da geht die Tür auf. Bei wo? Da drüben oder hier? Reffer. Cool. Ist er allein? Weiß es nicht. Markiere mal, wo er ist, Mann. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, mit der Maustasse, mit der Mittwoche. Muss ich noch darauf zielen, oder? Ja. So ungefähr. Dort, ja, da drüben. Ja. Ah, okay. Gehst du du hinter mir? Ja. Soll ich mich ranschleichen? Mann, Alter. Ich bleibe auf dem Klo, Junge. Mach mal dein Ding. Ja, ich bin wieder drauf. Okay. Ja, aber mich hat euch ein Erner von rechts beschossen. Jawohl, als links. Garantiert. Dann sind es zu zweit. Ich hoffe, die schießen nicht mal zufällig aufs Klo. Die werden doch wohl nicht auf ein harmloses Klo schießen. Du bist von rechts beschossen, Mann. Mhm. Würde ich sagen. Also, es kam mir so vor, als würde einer von rechts. Ja, doch. Von rechts. Ich habe aber keinen gesehen. Ja, überhaupt. Das sind noch mal Jäger da, oder? Ja. Ist ein anderer? Ja, draußen gefällt es mir überhaupt nicht, Alter. Ich komme halt auch nicht in das Fenster rein. Wie wegst du dich auch hinter mir? Ja. Auch nicht, dass die uns umgehen gerade. Deswegen bin ich auch noch mal rumschauen. Ich bin jetzt auf der rechten Seite. Ich bin jetzt mal hinter dem Zaun. Ich bin jetzt mal, jähne jetzt mal drum rum. Ich bin schon die ganze Schauung. Am Schauung. Nicht, dass die da, die da hoch gingen und die dann von oben runter schneiden. Mhm. Weil die scheiß Tür am Ofen ist. Oh, na ganz toll. Hier sieht man mich auch überhaupt nicht. Sind sie die verpisst, oder? Ja. 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 Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Die Tür ist aber so. So ist es. So ist es. Oder? So ist es. Also ich sehe nichts. Also ich sehe nichts. Also ich sehe nichts. Also ich sehe nichts. Hast du ihn erschossen? Ja man. Okay. Wo? Markieren wir. Okay. wo liegt der war da drin oder draußen ach da hat von ihr noch nicht geschossen ja aber doch eher auf die seite ja die gehen wir wieder aufs toch behalte mal den mit im auge er liegt noch ja wobei man die position nicht dass da mich abschießt ja die tue ist zu ach so na die habe ich zugemacht also verdächtig wäre es wenn sie jetzt offen ist das hier lief aber inner drinnen rum ja rüber gekommen zu dir ja ein schönes ding hast du schön hast du weggemacht ich hab irgendwas gesehen ich hab zwei mal nicht sicher ob da was geflackert hat im bildschirm ja weißt du schon dann hab ich einfach mal das target im zielpoeten aber Omi hat er gehabt wahrscheinlich das hätte ich da ne das ist meiner ach so wo soll er kommt im karabiner ja geil was wir können ich glaube da ist noch drin in der sack ich suche mir jetzt eine lampe und brenne ich den dort weg wer sagt es denn so komm so wenn du noch eine lampe findest immer her damit jetzt wird Osterfeuer bleib du mal da hinten vorzukommen Mist ist es schon mal ausgegangen boah die Hütte war so viele Löcher da läuft er da läuft er mit dir er kloppt sich mit Ochen was hier und auch laufen da ist drin da pass auf dass er dich nicht abknallt aber ja bist du hinter mir? nein wie genau auf der anderen Seite oh er ist bei mir ja hat mir ordentlich in den über gezogen aber er kloppt sich gerade mit aber er kloppt sich gerade mit auf der anderen Seite hat er dich erwischt? ja wir hoffen 2 m auf schmeißen Feuerbombiere habe ich ihn mit dem dynamit erwischt? scheiße ich brauche ein medipack hast du auch mal ein medipack gesehen? Mist ach hier ist ein medipack nice und hier nehme ich die Lamper und da gehe ich zu seinem Kumpel und brenne ihm ein aufs Fell oh da kommt wieder welcher was ist denn jetzt hier los für ein Theater ich habe ja nicht mal gehört ob ich ihn mit dem dynamit zerrissen habe ich gebe mich halt oh nein alter oh alter was für ein scheiß ey durch die Wand na klar Junge wo ist er nicht? ja von links ah er kommt er weiß nicht dass es dich gibt äh hä wo war ihm das? der war hinterm Zaun hat er drüber geschossen hä was für ein scheiß alter aber das machen wir ja schon da weg mit dem Arsch ja ich bin jetzt von drinnen und von draußen aber anscheinend war wir da drinnen ich bin da draußen mhm ey wir haben ja zwei Jäger getötet oder? ah habe ich den wahrscheinlich doch mit dem dynamit zerrissen Mist da waren das zwei andere Jäger mit dem ein Oh.